Hallo, schöne Grüße aus Krakau. Das letzte Konzert von der We Got Love Tour. Unfassbar, diese ganze Tour war ein Traum, war echt fantastisch. Ich bin hier heute und unterschreibe gerade ganz viele meiner benützten Stöcke, die ich auf dieser Tour gespielt habe. Hier sind neun Stück, die ich unterschrieben habe. Das möchte ich als Teil der Hashtag Irish Heart Gewinnspiel machen. Ich habe vor kurzem gesagt, es gibt für alle Fanboxen, die gekauft werden, bestellt werden, wenn man die in der Woche, wo das Album rauskommt am 25. Mai, vom 25. bis zum 1. Juni, wenn man in der Woche auf Facebook, auf Instagram, egal wo, Social Media, ein Post macht mit einem Bild von der Box oder etwas von der Box, den man hat und dann ein Hashtag Irish Heart noch reinsetzt, dann kann man teilnehmen und wir werden unter allen diesen Posts, unter allen Kommentaren, werden wir dann 50 Gewinner. Es werden 50 weitere Gewinnspiele. Letztens habe ich gezeigt, meine geliebte Gitarre, die werde ich verlosen. Und hier sind 50 Stücke. Dann auf der Tour habe ich, Joy, was machst du hier? Joy, Joy, wir sind live. Ich kann das nicht rausschneiden. Wir sind live. Joy, 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 Joy. Oh meine Güte, diese Familie. Also, hier ist das Setlist. Das ist die ganze Show, die wir hier auf dieser Arena-Tour hatten. Und die Open-Air-Tour wird ja ein bisschen anders, deswegen, das brauche ich jetzt nicht mehr. Das ist die auch. Und zuletzt hier für heute dieses Becken. Ich habe auf dieser ganzen Tour, habe ich tolle Becken von Pasty gespielt. Und dieses Becken spiele ich heute Abend noch mit Unterschrift. Ein bisschen strange, aber kriege ich schon irgendwie hin. Das unterschreibe ich. Und das schenke ich dann auch einem von euch. Also, wenn ihr mitmachen wollt, dann die Fanbox bestellen oder an der Woche kaufen. Und dann könnt ihr das posten, ein Foto davon oder irgendwas, die Fahne oder irgendwas von der Box mit euch zusammen, die Fanbox mit einem Hund, whatever. Und unter allen Gewinner, allen, die gepostet haben, gibt es dann 50 Gewinner. Und hier sind schon mal ein paar mehr Sachen, die ihr seht. Alles Gute. Schöne Grüße aus Krakau. Ciao.